Bei Google Cloud habe ich mit Machine Learning und Datenanalyse zu tun und vor allem mit Menschen. Modern Work ist immerhin wichtig für die heutige Arbeitswelt. Wir haben eine Breite an Produkten und Technologien. Industrie 4.0 ist für mich nichts anderes als die Hinzunahme von Informationen, die schon bereits bestehen. Wie die Mitarbeiter mit den Kunden agieren und wie wir mit Technologie umgehen, das ist einmalig. Das wichtigste Thema ist für mich die Transformation zur Nachhaltigkeit. Im Prinzip unterstützen wir unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation, nicht nur mit Technologie, sondern auch mit Expertise. Fortschritt bedeutet für mich immer wieder in Frage zu stellen, wo stehen wir heute und wo wollen wir morgen sein. Also, wo soll die Reise hingehen?